So Leute, jetzt machen wir die nächste SPC, und zwar die UEFA Top-Party. Top-Spieler heißt es. Leipzig gegen Liverpool, da hat Leipzig verloren, 2-0, und Liverpool verliert jetzt zu Hause gegen Everton. Katastrophe. Wir brauchen davon mindestens einen Spieler, Nationalität mindestens fünf, drei aus derselben Liga maximal, einer aus der Champions League häufig selten, 9-10-Gesamtwertung, 80-Teamschimie, Jordi Masip, Sar, Arbila, Unai Nunes, Adrian Erstbesitzer, Javi Martinez, Jonathan Vieira, Oriol Meri, Romeo, der Ex-Stadtgarer Erstbesitzer, Feynanduo, Bakambu und Redmond Erstbesitzer. Gibt ein Prime-gemischtes Spielerset, und die Hoffnung, dass jetzt was dabei ist. Porto gegen Pia Montegalcio. Porto hat sogar gewonnen, 2-1. Wer hätte das gedacht? Ich brauche den von Juve. Jetzt muss ich aufpassen hier. Ich brauche... Ich glaube, es sind Bundesliga einen. War das Hinteräcker, den ich da drin hatte? Ja, es war Hinteräcker. Würde es mit dem anderen Glidierer auch gehen? Im schlimmsten Fall verkaufen wir für 1.5. Aber ich brauche doch eh den blauen. Jetzt muss ich auch noch als Niesen. Also ich brauche den blauen auf jeden Fall. Und der ist teuer. Durchgehend Niesen. Durchgehend Niesen. Und 5. Kelle, 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 Kelle. Okay, 4, 5 billiger wird es nicht. Damit haben wir es gelöst. Wir haben im Tor Baumann. Kelle, 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 Kelle. Jetzt mit Nase, du hörst du dazu vom Niesen. Erstbesitzer Vogt. Hinteräcker Erstbesitzer Flachodimus. Der Ex-Stuttgarer Bietenkurt. Kedira, Ex-Stuttgarer Franz Sergio. Felipe Andersson. Aber auch die blaue Karte wie bei Kedira. 7, 6 kostet ja. Stindl. Füllkrug Erstbesitzer. Stindl Erstbesitzer. Das war's. Hör mir auf. Diese Nieserei. Seltenes Goldpack. Und ein Megapack. Let's go mit dem ersten Pack für heute. Jetzt das Prime gemischte Spieler-Set. Letzte Folge hat man hier weder Wand noch Walkout. Das hätte ich schon gerne jetzt. Erstes Pack ist für den Arsch. Zumindest kein Doppel da. Zweites Pack. Das seltene Goldpack. Auch nix. Das kann es doch nicht sein. Ein 80er-Soar. Das ist ein seltene Goldpack als bestes. Ist das nicht ein 50k-Pack? Ne. Seltene Gold-Spieler-Set. Das hier nicht. Aber trotzdem. Das ist doch scheiße sowas. Und jetzt das Megapack zum Abschluss. Unfassbar. Unfassbar. Heute 10 Packs geöffnet in den 2 Folgen. Nicht ein Wand-Spieler oder Walkout. Guckt euch mal den Rutz an. Schreibt trotzdem in den Kommentaren, um den Algorithmus zu erhöhen. Abonniert den Kanal und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ich bin bedient. Ich bin bedient. sunny. Wie lange. aires nation. 이스� Whoops. Vielen Dank.